Wir müssen so'n komischen Sensor kaputt machen, der außerhalb steht, der seht uns ja, wie viel wir... Ja genau, lauf raus. Mach ich auch. Die scheiß Schiller sind jetzt nicht mehr durchsichtig, das ist ja doof. Ja, ganz doof, aber praktisch. Ich hab keine Mine, aber ich hab C4. Ja, das bringt dir da nichts. Ja, aber auch wenn deine Mine hochgeht, verstärkt die Explosion nochmal. Es reichen zwei Minen, ich hab drei hingelegt. Ich hab mir mein C4 dazu gepackt. Okay. Ich weiß zwar nicht warum, ich hab zwar nur ein C4 gehabt, deswegen, das wundert mich gerade. Oh, gut, hat mir gerade Glückwunsch zu Kampf an 57, äh, da hat mir gerade Glückwunsch zu Kampf an 57 gemacht. Obwohl ich den schon seit paar Tagen hab. Nur jetzt, weil ich den TS geändert hab. Also hast du es nebenbei gemacht, einen TS-4. Da hat der Hoverwolf offen. Machst du. Du nimmst ja auch nicht auf. Ja, kannst du ja nicht. Ich kann machen, was ich will und du merkst das nicht mal. Außer ich bleib ewig lang auf der Stelle stehen, ne, da komm ich nicht durch. Zumindest da, aber rechts kommst du durch. Da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch. Ah cool, ich hab Schläfer überfahren. Hier ist ja noch Teamkiller hier, Tintenkiller, du. Was sind wir jetzt drin? Nein. Irgendwie scheint es mir hier ein bisschen gefährlich. Dann kommst du wieder raus. Also Leute, wenn das Ding bescheiden ist, dann beschwert euch bei Sven. Wenn du jetzt da den Berg hochgefahren wären wir ja mal reingekommen. Ja, ich fahr jetzt den hier hoch. Aber ich will es von außen machen, damit ich genug Schwung habe, um drüber zu kommen. Da vorne ein Geier hat da rum. Warte, was ist es da? Nein. Hups. Ja, voilà. Ich werd fahren, die sind gleich fest. Da, sind wir hier oben. Na, schön. Und keine Gegner. Und das ist der Auffang. Du hast nicht mal Thermalsicht, das ist ja langweilig. Nein, natürlich nicht. Du bist ja auch nicht gegen Infanterie. Doch. Du bist ja eigentlich gegen Panzer. Da rechts ist ein Sandy. Wo? Rechts ist ein Sandy auf der Straße. Wo fährt sonst ein Sandy? Boah, was für eine Breitzeile der gekriegt hat. Ja, am getroffen. Ich kann das. Das kann ich, glaube ich, das Geschütz darunter und Richtung Ab und Plan. Boah, ist Geschütz wird bemannt. Ja, ich war runter von. Oh, fuck. Hättest du auch schon versuchen, auf unsere Leute zu schießen? Ich versuche, das Geschütz zu erreichen da hinten. Was wäre gefährlich nach unseren Leuten aus? Ja, fast getroffen. Stell dich mal ein bisschen was an. Na, da hilft uns noch ein Geschütz. Ja, warte. Nein, das hat er auch nicht getroffen. Du hast ja auch gegen einen Stein geschossen. Nein, ich habe auf das andere Geschütz vom Turm geschossen. Hier vorbei. Brum, 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 brum. Warum die Basen immer so eng sein müssen, unglaublich. Na, pff. Weiß ich auch nicht. Ich bin ja nicht herreiserfreundlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da vorne läuft einer. Da ist ein Sandy. Ja, okay, auf den müsstest du auch schießen. Da links laufen welche. Da waren Sandy. Da sind immer noch welche. In dem Smog drin. Ja, hab ihn. Aber du hast jetzt auch ein bisschen vertröbeln. Da oben auf dem Berg ist auch noch einer. Ja. Hab ihn nicht. Aber er hat uns. Ich kann das reparieren. Er hat uns noch lange nicht. Ja, aber er hat uns ange... Oh, pass auf. Ja, dann schieß doch. Ja, pass auf. Ich sag doch, pass auf. Ja, du hättest schießen müssen. Jeder Schuss ist ein Kill. Nein. Doch, wenn man trifft. Ja. Was macht denn Dark eigentlich? Da hat er spaziert mit seinem Sandy. Er will den gerettet haben. Also ich bin jetzt... Mach mal Spawn bieten, bitte. Ah, ausnahmsweise. Solange... Also du rennst gerade in einen Reihen. Ja. Aber es Bomben bieten steht. Ja, aber nicht lange. Das ist das Problem. Doch. Der ist schon tot. Bleib liegen. Ich bin da. Ah, zu spät. Das guckt mal wegen dir Lappen schon als Sunny. Und dann... Wieder überleb' eh viel schneller. Mach du was anderes. Was ist das? Der hat uns das Sonnenbegin zerstört. Oh. Das wär' ich fast verreckt. Ja, Fire Atom Ding hat mich getötet. Wie nett er auch ist. Bist du noch in der Nähe von A? In A. Dann gib mir... Äh, Rest. Fire Atom hab' ich. Ich hab' ich. Dann bin ich... Heal brauchen. Oh. Gibt kein Heal. Hab' ihn. Gib mir Heal. Ja. Gut. Wie lange haben wir noch? Zwei Minuten. Oh, das hört aber hart. Wir müssen so komische Sensor kaputt machen, der außerhalb steht. Der seht uns ja wie... Ja genau, lauf raus. Mach' ich ja auch. Man stirbt's aber und ich werde dich nicht wieder übernehmen. Mal, warum treff' ich heute nichts? Warum sterben alle andere Leute da draußen? Weißt du dumm sind? Nein, keine Ahnung. Oh, doch hat nicht ganz... Warum scope' ich auch auf das Ding, wenn's einen Meter vor mir steht? Kannst du mir das mal verraten? Oh. Waren wir eigentlich jetzt rausgerannt? Um den komischen Dinger kaputt zu machen. Oh ja. Nachdem ich gesagt hab', du stirbst, wenn du rausläufst. Ja, jetzt muss ich mir eine Max ziehen. Das leckt! Jetzt, wo ich nämlich eine Max gehabt hätte. Ach du Scheißspiel. Mir verlieren A. Warum lag das jetzt so? So, jetzt. Ich komm' nicht in das... Ich komm' nicht in das Menü rein. So, jetzt. Also das Spiel lag trotzdem, obwohl ich gute FPS-Zahlen hab'. Also, ich drehe jetzt nochmal hier ab, den Druck, das ist ja unglaublich. Warum? In dir. Warum mir? Du bist offizieller Truppleiter für die Aufnahme. Das ist ein Lappen. Da ist übrigens eine leichte, die auf uns an Sandy sie vorwerfen will. Sie vor? Oh, ja, ja. Da ist er noch. Das ist er down. Ich bin auch down. Jetzt am Thema der down. Wo sind eigentlich unsere ganzen Leute im Futur? Keine Ahnung, wie läuft das? Ach, die sind alle bei der Vorwelt, weil wir die verlieren. Ach so. So, weil jetzt bin ich Max, host mich ab. Auftrag vom Chef, abholen. Ich will aber erstmal Abhung wiederholen. Ich bin in den Jünger, in der Falle. Ich will dabei weiterkämpflich holen dich dann ab. Gut, weil ich bin jetzt hier nicht. Ich hab' wieder mit meinen Panzerminen in einen weggeholt. Gott. Dann auch einen ganzen beschissenen Panzer. Jetzt brauche ich mich nicht mehr holen, ich bin tot. Gut, ja. Wir haben auch eine gute Verteidigung. Das muss ein bisschen schwieriger werden, könnte durchzufrischen. Ja, gut, ich hole noch mal den Max und dann waschen wir durch. Das will ich sehen. Habt du hier durchrascht? Ja. Wenn es nicht so lecken, der wäre, wäre ich schon längst. Ja, ja, die Lex. Ich kann keine Max sehen, super. Dann mach's mir sehr leichter. Ich weiß, ihr braucht einen Chef wieder hier im Einsatz, deswegen bin ich ja da. Vielleicht noch Waypoints. Wir können das wieder immer noch herumracken. Puh, wir brauchen noch Waypointe. Erst blöd machen wir das dann abdrücken hier. Kannst du dir takt zurückgehen mit der Begründung, es ist unnötige Zeitverschwindung während der Aufnahme. Wenn ich das glücklich mache. Ja, auch schon wieder tot. Ich wollte glücklicher machen, wenn wir A hätten. Sanitäter hier, ich blick nicht zusammen. Kein Zulässer, hätte ich dir nicht an. Wer ist A? Wer ist A? Ja, weg die Sau. Aber es leckt trotzdem noch ein bisschen. Nicht mehr so stark wie mit Wraps, aber ein bisschen Lucky tut's noch. Das ist jetzt nur einmal der Chef da und wir sind schon bei A. Oh, oh, war es unsere? Nein, pass auf, die kommen wieder. Da flogen schon mehrere Restnates von denen. Ich flog schon wieder eine Rest. Der Ball sucht, der Sunny lebt hier noch. Ja, 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 ich stehe schon bereit. Ich auch. Er steht nicht auf. Er steht nicht auf. Jeden nimmt einen Kopf und dann, wenn er aufstehen will. Er ist weg. Ich sage ja, wenn Orif was macht, dann machen die das richtig. Ach, wie süß. Er kann den Kopf verlassen. Es wird Zeit sein, offline zu gehen. Manchmal beeindrucke ich mich oder wenn. Time to say goodbye. Goodbye. Bye bye. Warum sind wir nur noch vier Leute, Futur? Oh, Tatsache. Ich bin so allein im TS. Ja, Pech. Nein, wir kommen ja nachher wieder. Jungle Noir. Nein, der geht keinen Inwalt. Doch, nein. Wer ist das? Kann ich nicht einladen, weil der ein Träger verrat ist. Dann laden nicht ein. Durch. Ich habe jetzt sogar mal 60 frame. Und das leckt. Ein bisschen irgendwie. Aber nicht am Spiel. Also nicht bei mir. Dann liegt es an den Servern. Nein, bei mir leckt es nicht. Bei mir leckt es ja auch nicht. Doch, jetzt kratzen, kratzen. Jetzt habe ich kurz so ein Leck gehabt. Aber wir stehen hier nur so lange gelangweilt. Darunter ist er doof. Hohle mal Wasser. Ja, ich bin schon wieder dabei. Ich höre mich in den Punkte gerne wieder für dich aus. Na, natürlich. Das ist ein Sandi. Nur demnächst auch meine Karte schien zugegeben, glaube ich. Boah, was für ein Sprung. Was für ein Sprung. Hast du das gesehen? Ja, du bist immer ein Sandi eingestiegen. Nein, Herr Wasser, noch wollen, dann ja. Ich bin bei einem Sandi wässerblatt gewesen. Ja gut, ich bin ja auch genug geflogen. Ich glaube, ich leg da wieder Panzerminern hin. Und du solltest deinen Wegpunkt machen. Oh, ja, Wegpunkt, ja, war doch was. Wo ist denn hier A? Da ist A. Immer was, hey, hey, Schoko. Ist das gut, 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 go, 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 go. So, geben wir Feieratomen hier mal ein bisschen Unterstützung. Oh, da brennt was. Achso, ist schon weg. Feier. Kommst du nicht da durch? Äh, was, wer? Achso, doch, ja, klar, geradeaus, genau da. Da muss ich immer noch vier Leute. Frage ist, ob wir hier durchkommen? Hm, hm. Ich habe wieder über den Berg fahren. Ja. Bist du da wirklich wieder rein? Nö. Hab ich nicht gesagt. Oh, da waren Minen gelegen. Ja, die haben mich nur angekratzt. Oh, ja, das war das Gerät. Alter. Was frisst aber auch ordentlich. Oh, ich habe einen Brawler gekillt. Was? Ah, mit deinem Ding. Mit den Minen. Du oller Miner, du. Ich weiß nicht, warum ich die mal hinleg. Ich weiß nicht, warum ich die mal hinleg.